Er hat absichtlich Scheiße gespielt? Der hat absichtlich Rankeds verloren. Alter! Was hat er gemacht? Alter! Ich würde ihn hassen, wenn er in meinem Team wäre. Ey, hopp. Das Problem ist, du kannst dann nichts machen, wenn der anfängt zu feeden. Sei es jetzt, er fängt an den AD-Carry oder den Tank zu feeden, dann kannst du dagegen halt nichts machen. Hm. Kreis in dem Kreis rumrennen. Oder ganz hartes Beispiel, wenn er anfängt, eine Katarina oder eine Akali zu feeden. Ja. Aber Leute, was mir gerade eingefallen ist, wir haben heute noch gar nicht endige... Gefisst. Gefisst. Noch nicht endige und wir haben heute noch kein einziges Launchprop. Watt, das können wir doch nicht tun. Wir hatten das unsichtbare Portrombie. Stimmt, ja, habe ich vergessen. Ach du, Heide, das ist ein ganz großer. Konz-Konz-Konz-Konz-Konz-Konz-Konz. Die haben was nämlich mal an. Ach du Scheiße, ein Zombie-Kopp. Ein Zombie-Kopp. Oh, ich habe keine. So, Fabi? Willst du? Was denn? Achso, die Truhe. Oder was? Ja, was ist er will? Ich hatte doch gerade erst... Stamm, wie? Du hattest noch nicht wohl. Ich hatte vorhin die... Eine Megabahn... Yay, ich hab endlich ein Gehirn. Das muss ein echtes Ungewohntes Gefühl sein. Unmöglich! Sie sagt unmöglich, welche Befehle ein zweites Gehirn aufzunehmen. Er packt noch eins ein. Andy braucht eins. So, das haben wir auch abgehandelt. Gut, aber... Was für ein... Was für ein... Ganz ernsthaft, wenn du das nicht mitnimmst, nehme ich es mit zum Verkaufen. Verkaufsgehirn? Scheiße, ich bin schon wieder voll. Ich hasse dieses Inventar. Es ist so klein. Dude, was, wenn ich dir erzähle, dass mein halbes Inventar voll ist mit Riesenzaubern? What if I tell... What if I tell you? Dann weiß ich auch nicht. Jetzt hätte ich fast das Schwert verkauft, ich Idiot. Ich hätte anders Gehirn gegessen. Sprechen mit Asha, 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 Asha. Mit Asha, Asha. Scharapapapa. Passt sogar ganz gut, jetzt kann ich die Schnurrle wiederbeleben. Mal zum Alkoholiker. Bisher haben wir vier grüne Items. Rage, der lebt wieder! Aber noch nichts, was zusammengehört, oder? Nee, alles einzeln. Rage, der lebt wieder! Hm, will einer Handschuhe mit Chance auf magische Gegenstände? Nein. Auf Chance. The Hargitur shall rise again. Hm, die Tauben nix. Boah. Mal gucken, hast du denn nette Stäbe noch? Ich meine, ich hab da jetzt... mit plus 1 zu alles Feuerst. Das ist das Nonplusultra. Was Besseres kannst du nicht finden. Außer plus 3 zu einer deiner Lieblingsfähigkeiten. Erhöht um 9 bis 13 Feuerschaden. Ja, das Ding ist, denn Feuerschaden geht auf deine, äh... normalen Angriff auf. Ja, na, kommt's. Rage, der lebt wieder. Ach, hier konnte man sich jetzt ja schon Überrüstungen kaufen. Und war ja soweit mit 200 Verteidigungen. Wo? Äh, bei Khatli. Khatralaman. Khatli? Ach ja, stimmt. Ich sollte meine... Bei wir, Trolli. Ich sollte meinen Scheiß auch mal wieder reparieren. Ich könnte mir aber trotzdem, äh... einen Einer-Stab suchen. Könntest du? Also einen kleinen Schwengel. Ja. Ganz genau. Ah, wir verstehen uns. Boah, ich hasse Charaktere, mit denen du nur reden kannst. Die sind so unnötig. Uh, den will ich unbedingt haben, her damit. Schade. Nichts für mich, fast nur Totenbeschwörer und Paladin-Zeug. Hm, und das Paladin-Zeug ist alles Müll. Ah, da sind auch noch Schäbe. Stäbe. Die Feldhahn ist Kage. Und das sind auch alles nur Zweihand. Oh, no, 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 no. Das ist meine 80 Verteidigung. Aber das ist alles, wo ich schon wieder mehr Stärke für brauche. Hm. Ich merke gerade auch, ich hätte mir auf Stärke gehen sollen. Haha. Oh, die Handschuhe machen mich an. 66% Extra-Gold. Jupp, nehme ich. Ich will einer meiner Handschuhe mit 25% Gift-Reduzierung. Nein, danke. Verteidigung. Äh, Shadow, hast du mal Ruhen? Haben die eine verbesserte Verteidigung? Nö, nur Achtung. Shadow, hast du mal Ruhen für mich? Äh, Ruhen? Ja. Können wir mal kurz rüberflitzen und... Ich hätte gerne eine Is, eine L und eine S. Aber sieh aus wie ein Supermarkt. Sag jetzt nichts Falsches. Sag jetzt nichts Falsches. Einmal aufwischen den Gang 3. Weißt du was? Bist du gerade hier in der Nähe? Nein. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ich hab die Boden... Ich hab die Konserve dich umgeschubst. Bleib da stehen. Ja. Hab die Kartoffel. Äh, Shadow, was ist mit deinen Klamotten? Was ist... Was sammelt mein... Du hast keine Klamotten an bei mir. Ich hab Klamotten. Ja, guck in dein Inventar. Wenn die rot sind, äh, haben die im Moment keine Wirkung. Das hat Wirkung... Also ich hab genügend Stärke dafür. Das ist bei mir alles im Grunde. Weil bei mir sieht das aus, als hättest du keine Rüstung an, weil du halt die Standard... Was für eine Rüstung er anhat. Was für eine Rüstung hast du? Ich hab einen Kettenpanzer. Wie viel Stärke braucht der? Der Brauch, äh, benötigt die Stärke 48. Ich hab 48. Äh, wahrscheinlich... Den kannst du wahrscheinlich nicht tragen, weil du deine Stärke noch durch irgendwelche Zauber gebufft hast. Aber er ist bei mir da. Der Grund... Der Grundwert von Stärke ist wahrscheinlich niedriger. Wenn deine Stärkezahl blau ist, dann wurde die durch irgendwas gebufft. Okay. Das heißt, du musst das nächste Mal nochmal ein bisschen mehr auf Stärke raufpacken. Weil du hast im Moment keine aktive Rüstung. Das sehe ich irgendwo anders. Ich glaube, ich bin soweit. Okay, du wolltest irgendwelche... Ja, wir machen doch sowieso noch Feierabend hier. E-T-H, E-L und E-T-H. Also eine E-T? Eine E-T, eine F... Ne, was? Doch, eine E-T, eine L und eine I-F. Ja, ich hoffe mal, ich erinnere mich richtig an das Runen-Wort. Wenn nicht, dann verbrate ich jetzt Runen. Mach 3,50. Das ist 400.000 Dollar. So, mal gucken. Also, if... Ich bin direkt wieder verbrannt. Ä-L... F. Ja, ich hab mich dran erinnert. Das, äh, willst du's gucken? Sag mal, ja. Ja, das hab ich daraus gemacht. Natürlich für meinen tollen Söldner. Moment mal, Boshaftigkeit, das kennen wir doch noch. Ja, eben. Genau das, was ich mir letztes Mal auch für den Söldner gemacht hab. Warte mal, könnte ich das nicht eigentlich nochmal? Wenn sogar genug für nochmal... Ja, aber ihr habt keine Wüstenwachen. Ja, aber ich bin Boshaft. Ich weiß aber nicht oft... Äh, Fabi, willst du auch nochmal gucken, den Schwengel? Naja, ich schau mal den Schwengel an. Ich hab Boshaftigkeit. Hm, der Stengel. Ich bin Boshaftig. Das ist total Boshaftig. So was machen Runen-Wörter. Itheles. 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 Wie heißt du? Mein Name ist Itheles. Ist was, Sypheles? Ja, hallo, der Name ist aber noch besser als Ringe... Was? Rage. Oder Raffuck. Ne, Rage. Ziemlich geil. Dankeschön. Ja, du kannst damit nichts anfangen. Gib her. Kann ich meinem Honey damit nicht auch ausrüsten? Nein, der kann keine Stäbe tragen. Das ist für meine Wüstenwache only. Eben, das kann der Hage denn nicht. Ähm, das ist trash. Ähm, sind wir nach dem Teleportpunkt bei Unterkurast, oder? Was? Nach Unterkurast, den Teleport suchen und fertig? Weil ansonsten müssen wir uns wieder durch den Dschungel boxen beim nächsten Mal. Ja, stimmt. Äh, müssen wir ja noch weiter aufnehmen. Also ein bisschen müssen wir leider noch so... Also wenn du das nächste Mal wieder viel laufen willst, das ist doch deine Sache. Ja, ja, die Klappe. Wo soll ich hin? Ähm, ich glaube Schinderdschungel, oder? Und dann nach oben rennen war doch idealerweise. Wäre glaube ich am besten, weil bis wir durch den Dungeon wieder nach oben kommen. Arsch, du wünschst. Ähm... Müssen wir jetzt eigentlich nach oben rennen? Ja, ne? Äh, gute Frage, ich glaube ja. Müsste eigentlich. Hast du nicht so eine Ausdauer-Aura? Äh, ich habe... Tatsache, ich habe sogar eine Ausdauer-Aura. Da. Oh Gott. Ich laufe schon mal fort. Tschüss. Ist das normal, dass es auf einmal so... Es ist auf einmal dunkel. Ich verstehe das nicht. Moment, wir warten mal auf ihn hier, sonst kriegt er von meiner Ausdauer-Aura nichts ab. Wow, wie viel Ausdauer die gibt. Holy fuck. Und die gibt Ausdauer-Regeneration. Und Laufgeschwindigkeit und alles. Du bist zu weit vorne. Ich glaube Sichtradius gibt das Ding auch noch dazu. Formel 1 Wagen. Auf jeden Fall war es gerade dunkel und ich verstehe das nicht. So, Moment, da geht es ins Dorf. Da oben war der Gipbinach, da will ich gar nicht lang. Äh... Ja, irgendwo hinter dem Gipbin müsste das doch irgendwo sein. Gipbin oder da irgendwo, oder? Ja, hier geht es auch noch weiter. Und ich habe Freunde gefunden. Hey! Da, 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 da! Oder müssen wir hier hoch? Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja? Rasten, rasten, rasten. Ja? Ich muss die ganzen Zooeyes klein. Lassen Schamane rasten, 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 rasten. Ganz ehrlich, ich komme mit Wukong sogar noch klar. Ja, der ist cool, er hat einen Stock. Rasten, 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 rasten. Das war so legendär. Ja, Leute sucht, die es verstehen jetzt, was wir meinen, wenn man mit Wukong S drückt. Naja. Das war eigentlich so, das war so geil. Ich erkläre, ich glaube, ich erzähle, ich glaube, das können wir mal kurz erzählen, wenn wir hier schon gerade am durch... Ah, Real Talk? Okay, viel Glück. Real Talk, Real Talk. Auf jeden Fall, Stampi und ich hatten mal DuoQ-Match, ganz normales, und ich Wukong, und du hattest, glaube ich, Lulu, war das? Mich hat ein Shen verfolgt. Ich war am Verrecken. Habe ich nicht abhängen können. Versuch mal den Shen zu verfolgen. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall, ähm... Steve, darauf hinaus, auf einmal brüllt Stampi mich an, drück S! Ich drück S, bleib auf der Stelle stehen, der Shen rennt an mir vorbei und lässt mich komplett in Ruhe. Ich bin abgehauen, habe ihm noch einen Decoy dagelassen nach dem Motto, sag mal, Dick, und dann war ich weg. Macht mir jemand ein Portal? Schon, wie schon. Und das war wie die Geschichte, wie ich einen Shen verarscht habe. Und das war der Beginn des legendären Blauarschjordels. Wer hat meine Kohle eingesammelt? Kohle? Kohle? Nope. Du hast Kohle? Du hast Geld? Wer hat meine Kohle eingesammelt? Hm. Bin unschuldig, das ist mein Geld. Also ich hab noch meine 8.000 von vorhin. Ich hab grad mal 6.000. Ich hab noch meine 32.000. Und dann Kuras, auf jeden Fall sind wir nicht. Vielleicht hatte ich ja nicht viel dabei. Vielleicht hatte ich ja wenig dabei. Vielleicht hast du es vergessen, dass du sie in die Truhe geschaufelt hast. Macht mir noch ein Zuhörer. Oh Gott, und wo war denn hier nochmal der Wegpunkt? Irgendwo in der Mitte? Oh, Moment, heißt das nicht, bald kommen hier die Ältesten? Ja! Ja, das dauert aber noch. Wir müssen uns ja vorher noch durch die Kanalisation prügeln. Ach ja. Und Oberkuhrost und den Markt. Und dann durch den lustigen Vergnügungspark mit den ganzen Dämonen-Zombies. Aber den Part hier fand ich eigentlich immer ganz schön. Ja, das hier Gehese, das ist kein Dschungel mehr. Ja, und die Leichen waren immer so reich. Stimmt, die Leute hatten hier Geld, das war das. Reiche Leichen. Die hätten hier richtig viel Schotter. Nee, ich kann nicht nochmal fahren. Dann zieh es. Oh, ich hab was für Paladinen. Was? Plus eins zu Ansturm, plus eins zu Heiliges Feuer. Nee. Okay. Hoi, hoi! Hoi, hoi! Ja, hast du diesen Clowns mal gehört? Hoi, hoi! Hoi, Hachi. Das so auch. Tak, Hachi. Ähm, Wegpunkt, Wegpunkt. Bäh, ein konservierter Kopf. Ah, jetzt kommen auch schon die Fetisch-Heinis hier, ne? Heinis! Und die Kultspinner. Ach nee, die kommen nicht. Rons, 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 rons. Also irgendwo vermisse ich ja meinen Feuerbrand, weil... Das ist lustig. Schrei mir eine Postkarte. Ach, tschüss, ich muss ja noch meinen Typen wiederbeleben. Muss du das? Ja, muss ich. Du weißt, ich vertrete die Meinung, du tust du gar nicht. Ach, ich hab ihn, ich hab ihn! Oh. Dir ist schon klar, dass du die Meinung von mir übernommen hast, ne? Nö, weil dann müsste ich meinem Arbeitskollegen immer sagen, Alter, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Und ich hab sie nur übernommen und dann würde er mich nicht mehr ernst nehmen. Ich muss ihm einfach immer wieder klar machen, dass das meine Meinung ist. Irgendwann rafft das. So, unter Kuras, machen wir Feierabend hier. Gott sei Dank, wir haben's geschafft. Ihr habt ihn gefunden, wo? Ich bin geil, ich finde alles. Oh, scheiße. Da, wo ich bin. Ja, toll. Da, wo du willst. Ich bin geil, Stammbus ist scheiße, aber ist okay. Ich hab keine Lust mehr. Ja, ich weiß, hier sind noch reiche Leichen. Du bist kein Necrophiler mehr. Reiche Leichen. Du sollst sie trotzdem nicht betatschen. Bei ausreichend Geld ist es mir egal, ob ich necrophil bin oder nicht. Wow. Meinst du, wenn sie reich genug sind, ist es ihnen egal, wer ihnen die Hosen auszieht? Exakt. Gibt's jemanden, der mit Dolchen arbeitet? Was? Was hab ich jetzt aktiviert? Total zerstört. Wow, Quest. Ich wollte doch eigentlich nur Glücksspiel machen. Ich hab nicht mal gesehen, dass da ein Hausrufezeichen hatte. Lol. Also schon noch ne Mission, auch nicht schlecht. Ach, ich glaub, das war wegen seinem komischen Schmöker, wo er wollte. Cool, ich seh grad, dass ich in Akt 1 eine Quest offen hab. Hm? Achso, das ist das mit dem Verzaubern, glaub ich. Ja, das können wir. Charly wird ein Gegenstand mit magischen Kräften versehen. Ja, das ist der Verzauber-Charakter. Cool. Cool. Nee, voll fett, ey. Ich seh. Ich seh. Ich seh auf Grafbefehl. Ja, Grafbefehl. Beste, Junge. Ah ja, so reden wir nur in unserer Freizeit. Ja, eben. Aber natürlich, nur in den LPs reden wir so. In Weidreden. Spürvoll. Real Talk. Real Talk, Diggei. Real Talk. Ich bin so kurz davor, eine Kettensäge zu laden. Ja, vor allem du bist der Einzige, der eine Kettensäge lädt. So, aber jetzt kommt... Der Einzige, der eine Axt durchlädt. Ah, jetzt muss ich einfach mal so vergangene L. L! Okay, L. Hat sonst jemand noch Klunker für mich? Ja. Ich hab ein Schildchen Paladin. Hab ein Superschild, danke. Oh, guck mal, 17 Uhr, Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Ähm, 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 hust, hust. Kräftig, deftig, würzig, scheiße. Ja, so. Das ist, äh, schneller gehen, verbesserte Kack-Teiligung. Verbesserte Laufung. Ja, verbesserte Laufung, extreme Laufung und so. Extrem verbesserte Laufung. Extrem verbesserte Laufung? Ja. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Sie kann mit vielem nichts anfangen, das ist das Problem. Das ist echt das Problem. Leute, das Problem. Ach, es gibt da ein Problem. Das ist schön, äh... Du stinkst aus dem Mund. Wie ein Hund, äh, was auch immer. Wollen wir, wollen wir jetzt Schluss machen und so? Ja, bitte. Ja. Können wir machen. Okay, äh... Rar-Hag-De... Und... Rar-Hag-De... Und da fang... Äh, nee, da fu... Nee, Defug sagt... Man, ich will Defug! Das war wahre Pusy. Oh, man! Weißt du, ich hab nicht genügend Geld, will mir Defug kaufen, und alles, was ich krieg, ist... Rar-Hag-De... 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 Ein schlimmes Schicksal, ein schlimmes Schicksal. Ich leide mit dir, Shadow. Ich leide mit dir. Du wolltest auch Defug? Oder Rar-Hag-De... Nö. Oh mein Gott! Los, Defug, jetzt suchen wir WTF. Ich stell mir vor, ey, die Folge nenne ich echt so Rar-Hag-De-Reports. Ja, das nächste, so mal nebenbei, ich hab uns grad einen makellosen Schädel erschaffen. Zeig mir den mal, ich will den, ich will mal so einen makellosen Kopf sehen. Ich hab nur einen lädierten Schädel. Ja, warum gibst du mir das nicht? Lackierten? Da müsst ihr ihn sich abschneiden. Da ist ein ladierten. Na, der sieht ja langweilig aus. Danke. Der gehört auch zu klunkern, her damit. Hm, glasierter Schädel. Ich stell mir den makellosen jetzt an. Und wir machen Viya, bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. See ya. Lebt wohl.